Der Held meiner Kindheit waren meine Eltern und Roger Federer. Lieblingsplatz in Stuttgart. Außer dem Stadion ist auf jeden Fall mein eigener Balkon, weil die Aussicht da so toll ist. Vorbild auf dem Platz waren Didier Trogba und der echte Ronaldo, der Brasilianer. In zehn Jahren werde ich, denke ich, hier als Fan vielleicht im B-Blog stehen oder auf der Bühne und nicht mehr als Spieler. Meine größte Leidenschaft ist auf jeden Fall mein Fußball, mein Ein und Alles. Genauso habe ich eine große Leidenschaft zum Tennis. Lieblingsessen, ich bin Schwabe, deswegen ganz klar Zwieberrochbraten mit Käspätzle. Held meiner Kindheit, meine Eltern, Lieblingsplatz in Stuttgart. Außer dem Stadion habe ich eigentlich kein Vorbild auf dem Platz. Kann Tee. In zehn Jahren bin ich hoffentlich immer noch gesund und glücklich. Meine größte Leidenschaft ist Sport machen und Lieblingsessen Maultaschen. Körbürochbraten!